Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video, wieder auf unserem Kanal, so fordern gleich. Ja Leute, wir spielen wieder Rush Wars, mein Mann ist erstmal ein Thron auf, Freeboxes. Ich muss wieder eine neue Goldmine. Ja, ich auch gleich. Sonst habe ich die Shields Level 6. Frenzis. Hm, hm. Hey, mein Knight ist Level 9. Ja gleich. Mein Langer, mein Langer. Mein Langer. Ja, und dann mein Panzer Level 10. Okay. Oh nein, komm schon, Supercell, das müsste ich nicht genauso machen wie bei Clash Royale, das hat jeder gehasst. Was denn, was denn? Auf einmal waren die Karten Limit nicht mehr bei 9 oder Level 10, sondern Level 13 oder 14. Und dann wurden alle Karten nach oben gelevelt und dann hat man gar nicht mehr durchgebliegt. Guck mal, jetzt ist doch mal jemand nur ein komischer... Oh nein. Warum macht ihr das? Die müssen ja alle hier vorbei, so wie ich das sehe. Die müssen alle hier vorbei, ne, ne, machen wir's. Ja, eigentlich ist der zentrale Punkt dann tatsächlich hier irgendwo, dann mache ich das dann auch weg. Da oben könnten sie theoretisch vorbeilaufen, ne, machen wir's hier hin. So. Und dann setzen wir noch, ähm... Ich kann noch so ein Teil hinsetzen, ne? Du bist doch. Du bist doch. So. Safe and go home. Okay. Also jetzt kann man hier gucken. Upgrade. his, what's up? I get the ja wie weit seid ihr in dem spiel ihr könnt ja auch keine manik wenn ihr es spielt so das ist natürlich das ist eigentlich ziemlich gut das schon drei stadt ich habe bis jetzt ja noch gar nicht gespielt das machen wir jetzt hast ja das sind böhmchen platziert so und ein panzer ist jetzt schon da die bombe gefällt mir gar nicht ja das wird bei mir jetzt hier auch keine drei sterne geben weil wir jetzt keinen einzigen geben ich habe zwei sterne geholt ja gegen ich habe schon verloren ich habe eine box du hast schon verloren ich nicht morter ich hab drei sterne das ist der battle speed mal 250 prozent also dieses healing muss ich auch mal ausprobieren ich glaube das ist echt gut da gucke ich mir aber ganz kurz das gucke ich mal ganz kurz hier an das ist glaube ich echt gut so wie hier da kann man ja preview machen das kann aber echt sehr gut sein so attack last word use again und auf geht's jo dann würde ich mal sagen da habe ich tatsächlich keine böcke drauf was hätte ich denn heute alles ja ja den nehme ich mir vor so auf geht's kommen gehen wir darum so mein gott mein gott mein gott hat auch nur für eine einzige für einen einzigen stern gereicht jetzt da habe ich glaube ich nicht gut gespielt was court soweit geht's das sieht eigentlich gut aus also nicht die picture in down bekommen so ein level siebener kommt komm box ja den einstein kriegen auf jeden fall wenn es gut läuft kriege ich auch den zweiten aber das sieht irgendwie nicht so gut aus weil die wieder so deppert dastehen aber doch der schafft der schafft zwei sterne ja man zwei sterne sehr schön damit habe ich die nächste box eine common box ich weiß nicht wie hoch die dropquote da ist last square einstein mal so das könnte das könnte funktionieren nicht so ich greift direkt hier unten dann ihr müsstet das eigentlich aus der distanz müsst ihr das eigentlich schaffen den ganzen kram hier da und zu bekommen das ist die eine kanone da oben ich hasse den minenwerfen wenn man den das gegner hat ja der minenwerfen oh mein gott bitte 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 das genau so wir brauchen wie in wiesboschiff glanz zwei stück ich habe einen bekommen ja victory so auf next use again was ist das denn das habe ich ja so noch nie gesehen ok ich probiere es jetzt einfach mal ich habe keine ahnung ob das mein gott ob das funktioniert aber ich probiere es jetzt einfach mal normalerweise müsste der eine das ist eine ding müsste ich auf jeden fall da und bekommen ich habe noch genug ich habe nur einen einzigen stern jetzt geholt also das war mir jetzt auch respekt schon vermutet dass das schwer wird ich habe drei keys ja ist denn das kann ja gut da haben panzer und den ganzen anderen kram so und hier wenn ich die standard sachen minwürfe so ein das hat nicht gereicht jetzt mich veräppeln die aufteilung war glaube ich nicht gut ich glaube ich habe einen fehler gemacht mich aufzuteilen das hätte ich nicht machen dürfen ich habe mein erstes match verloren weil ich mich aufgeteilt habe das hätte ich niemals machen dürfen aufteilen also geht jetzt habe ich was dazu gelernt aufteilen ist gar nicht gut das ist das erste mal ist hätte ich nie gedacht das verliert das erste mal als ich jetzt eins verloren habe ja was ja ja das weiß ich habe das auch noch nie gemacht als aufgeteilt habe das war ein fehler das war ein riesen fehler aber nun gut dass eine bombe muss man mitnehmen du bist nicht wirklich allein auf diesen panzer alter was haben die hier alles für die fans ist gerade krasse keine chance ist ganz vergessen da kommst du nicht dran naja ist okay so und das jetzt hier müsste eigentlich nicht so jetzt teile ich mich nicht mehr auf dass diese scheiße mache ich nicht noch mal alles könnte vergessen so der erste ist da und ich teile mich nicht mehr auf so jetzt kommt das ding da da und so ich habe noch ein gier gleich dieses du noch weiß ich jetzt was hast du schon mal gesehen das sieht ziemlich stark aus ne kommen wir sind auch noch zwei stück aber absolut ja level 6 headquarter ich kann das headquarter upgrade hast du das auch ich kann aber 5.000 248 5 wo soll man denn so viel gold ja das frage ich mich ehrlich gesagt auch wenn man sich kauft ok 5000 gold wir wissen dies ja wo sie sind die sion er hat ja alles freigelassen da sind wahrscheinlich jetzt hier minen oder sowas keine wien ich habe mich gerade warum ich wenigstens zwei sterne geholt hast du hast keine drei geholt naja gut dass ich da hinten nicht dran kommen das war mir irgendwie klar aber aber er hat ja alles um diese letzte dinge herum gemacht so ich verstehe warum er das gemacht hat er gibt lieber zwei stück auf und schützt das letzte teil dahinten komplett aber das ist 1 1 stand bekommt dann kriegt er wenigstens einen genau und die leute greifen trotzdem an weil es gegen wenigstens zwei ist gar nicht mal so doof und wie haben wir den panzer ok das ding greife schon auf geht es schon mal da teilt euch doch nicht auf leute ehrlich mein gott mit absicht auf du teilst mit einem jahr nicht auf kommt vorher den ab so geht so jetzt krieg ich drei sternen ich krieg drei sternen jetzt was ist das mit battle speed ja wenn du wende sowieso gewonnen hast dann endlich das finde ich gut schon mal endlich eine box wieder kommen box ok meine boxen sind fertig nicht zu schnell ja ich mache jetzt hier ein upgrade ja das ab wenn man das upgrade macht nur das kostet 80 alles brauchst du für die levels na ja aber du brauchst 5000 um das ding da zu upgraden also das ist schon nicht das kann ich mir so schreibe sehr gut vorstellen 15.000 ist ja logisch man sieht ja auch im klaren direkt in dem ja man sieht das hier einfach direkt trainer werde leader ist und wer der bessere spieler ist von beiden ich ach du meinst unseren klaren oder was man sieht man auch hier seid ihr auch online die wir hier sind aktiv das ist was wir sind ja nicht inaktiv so oh mein gott nähen möchte ich nicht angreifen am nächsten kann man da noch ein legendaries freischalten guck ok ok da ist eine bombe ok macht sind wie sollen wir denn das schaffen die 5000 gold ja das bin ich auch überlegen aber ja maximal 10.000 wie maximal 10.000 kaufen 10.000 haben insgesamt die helft war voll ich hab nur 1500 gold so viel habe ich noch nicht mal nicht mal nein ich hab 340 gold ja gut du hast hier hier kriegt man 200 da kriegt man nochmal 200 aber alter vater da muss man ganz schön weit ganz schön weit ganz schön weit vorausspielen nur das level 4 zu bekommen und da kriegt man aber auch legendaries freigeschalten ja 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 so jetzt müssen wir hier müssen wir jetzt eigentlich voll rushen das mache ich mach das einfach so ich baller den das genau heute also an dem update haben sie das auf einmal haben sie den night of level 4 gemacht dass man den dann erst bekommen wir haben eine lese ist ja kommande zerstört einfach mal so alles ja 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 zwischen uns weil es auch super hey was geht ein waschpäer auf die bein ja damit der chat mal ein bisschen beliebter wird wäre schön wenn ein paar leute mit reinkommen würde ich habe mich das momentan noch fragen sieben deutschland ok insgesamt 8000 hier ist 39 weltweit ok hat er macht da oben das ding kaputt macht das ding da ohne nein 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 spiel doch nie so doof kollege spielen die so doof jetzt noch irgendetwas gab nichts geschafft brauchst du noch stellen hast du deine wuchs und bekommen ja aber ich bin jetzt gar nicht so sicher in 24 minuten erst 424 haben wir jetzt hier in 20 minuten kriege ich erst wieder einen neuen key also was haben wir hier bronze da fehlen mir jetzt noch also ich müsste mal rechnen wie viel bei und 40 ist wenn 200 300 300 8 und was muss man bei specialist bei ninja ja gut du kriegst da gold auch sonst zusammen das problem ist aber wenn du das gold ausgibt hier ist die goldmine ok wenn du was kriegst was gibt es eigentlich da oben raus würde mich mal interessieren wenn du die goldmine beziehungsweise sollte eigentlich jetzt sagen ach so wenn du jetzt nicht upgrade ist dann das ist natürlich schon bessere chancen 100 würde mich das jetzt schon wieder kosten so aber ich will das teilhaben ja ich will das teilhaben das heißt ich muss jetzt tatsächlich zu sehen dass ich eine ganze weile nichts upgrade noch mein gott was das nikki ninja geht doch einfach die legendärischen die krassesten hat gettling oh mein gott gettling auch gar nicht heißen die commander der laser ist jetzt hier epic okay commander attack troop und commander attack troop das ist natürlich geil ne die legendärischen wo ich habe ja also dann würde ich sagen wenn es das heutige video gefallen hat und bis dahin haut rein ohne will sagen bis nächstes mal rasch was mit dem herrn sofort und wir nehmen gleich bis dahin und tschüss